Fingerlings lieben mich, Fingerlings brauchen mich, Fingerlings halten mich und lassen mich nicht los. Die Blisteräffchen sind die funkelnde Ergänzung in der Fingerlingsfamilie. Jede Menge Bling Bling für deine Fingerlingssammlung. Jetzt neu! Heute stellen wir dir die neuen Fingerlingsbabyäffchen vor. Entzückende, interaktive Haustiere, die auf Geräusche, Bewegungen und Berührungen reagieren. Wir zeigen dir, wie du mit deinen Fingerlingsäffchen spielen und kommunizieren kannst. Starten wir mit dem Auspacken. Zuerst entfernen wir die äußere Verpackung und lösen dann vorsichtig alle Befestigungen, bevor wir unser Äffchen aus der Verpackung nehmen können. In der Verpackung ist ein Fingerlingsbabyäffchen, das bereits mit vier Knopfzellbatterien ausgestattet ist. Plus einer Kurzanleitung. Bereit zum Spielen? Einfach den Schalter am Hinterkopf auf ON schieben und dein neuer Freund begrüßt dich sofort mit süßen Äffchenlauten. Dein Äffchen hat spezielle Sensoren, die auf deine Berührungen reagieren. Sie befinden sich auf beiden Seiten seines putzigen Haarbüschels. Tippe deinem Äffchen ein oder zweimal auf den Kopf und schon zeigt es lustige Reaktionen. Dein Äffchen bemerkt auch, wenn seine Position geändert wird. Richtig herum oder kopfüber. Dein Fingerlingsbabyäffchen liebt es, Quatsch zu machen. Warum schütteln wir es nicht ein bisschen durch? Dein Fingerlingsbabyäffchen wird auf verschiedene Weisen mit dir interagieren. Abhängig davon, wie es gehalten wird. Beginnen wir aufrecht. Streichel dein Äffchen, um ihm deine Zuneigung zu zeigen und dein kleiner Freund wird dir dankbar sein. Es reagiert unterschiedlich, wenn du es ein- oder mehrmals über den Kopf streichelst. Achte darauf, dass du beim Streicheln beide Haarseiten gleichzeitig berührst. Lust auf eine witzige Überraschung? Dann lege für ein paar Sekunden deine Hand mit leichtem Druck auf den Kopf deines Fingerlings. Fingerlings lieben es, geküsst zu werden. Wirf deinem Äffchen eine Kusshand zu und dein Äffchen küsst dich zurück. Manchmal muss es aber auch einfach niesen. Deine Fingerlings reagieren auch unterschiedlich auf laute, plötzliche Geräusche. Je nachdem, in welcher Position sie sich befinden. Klatsch in die Hände oder schnips mit den Fingern und beobachte, wie sich dein Äffchen verhält. Dein Fingerlingsbabyäffchen liebt es auch einfach, kopfüber an seinem Schwanz zu hängen. Gib deinem Äffchen doch mal einen Luftkuss und schau, was passiert. Wenn du den Kopf deines Äffchens für zwei Sekunden leicht drückst, hörst du es rülpsen. Dein Fingerling reagiert auch kopfüber auf Geräufe. Wenn du dein Äffchen hin und her schwingen lässt, lacht es wie verrückt. Als nächstes probier einfach mal, dein Äffchen auf den Rücken zu legen. Dein Äffchen liebt es, in der Hand gewogen und geschaukelt zu werden. Dir wird das ruhige Appengeräusch gefallen, das dein kleiner Freund von sich gibt, wenn du dich liebevoll um ihn kümmerst. Liegend wird es andere schläfrige Reaktionen auf Geräusche und Küsse von sich geben. Die Arme und Beine deines Fingerlings sind so konzipiert, dass sie problemlos nach verschiedenen Objekten greifen können. Probier es an einem Textmarker oder dem Henkel einer Tasse, der Schlaufe einer Tasche oder sogar an deinem Bücherregal. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Deine Fingerlingsäffchen lieben es auch, kopfüber an ihrem Schwanz zu hängen. Versuch es auch mal an der Gürtelschnalle oder deiner Hosentasche. Häng sie an deinen Rucksack oder an dein Notebook, Handy oder Tablet. Du kannst sie sogar an deine Ohren hängen. Denk dran, am meisten lieben ist die Fingerlingsbabyäffchen, sich an deinen Fingern festzuklammern. Klatsche zweimal und dein Äffchen singt eine gute Laune Äffchenmelodie. Falls du mehrere Fingerlingsbabyäffchen hast, kannst du sie zusammen singen lassen. Wenn du länger als 60 Sekunden nicht mit deinem Äffchen spielst, fängt es aus Langeweile an zu pfeifen. Es wird mehrmals versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen und falls du es weiterhin ignorierst, fängt es an zu schnarchen und schläft ein, um Energie zu sparen. Wenn du dann wieder Zeit zum Spielen hast, schalte dein Fingerling kurz aus und wieder an. Falls dein Fingerlingsäffchen mal nicht auf dich reagiert, dann schläft es sicher. Schalte es einfach kurz aus und dann wieder an, um es aufzuwecken. Falls es dann immer noch nicht oder ungewöhnlich langsam reagiert, dann könnte es Zeit für einen Batteriewechsel sein. Der Batteriewechsel ist ganz einfach. Bitte einen Erwachsenen das Batteriegehäuse auf der Rückseite des Fingerlings aufzuschrauben. Hierfür braucht ihr einen kleinen Schraubenzieher. Nimm dann die Batterien vorsichtig heraus. Wenn es hierbei Probleme gibt, drehe einfach das Baby-Äffchen auf den Rücken und klopfe vorsichtig auf die Vorderseite. Nun setzt du vier neue LR44 Knopfzellbatterien ein. Die Position der neuen Batterien sollte mit den abgebildeten Symbolen im Gehäuse übereinstimmen. Achte darauf, alte und neue Batterien nicht zu mischen und Batterien des gleichen Herstellers zu verwenden. Danach den Deckel des Gehäuses vorsichtig festschrauben, ohne die Schrauben zu überdrehen. Jetzt weißt du, was du für tolle Sachen mit deinem neuen interaktiven Spielfreund anstellen kannst. Für weitere Informationen und Videos besuch uns einfach auf www.wawee.com. www.wawee.com-fingerlings. www.wawee.com-fingerlings.